Meine Pfaff, die Freude am Herrn, die ist meine Pfaff, die Freude am Herrn ist meine Pfaff. Er füllt den Mund mit Lachen, ha 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 ha, die Freude am Herre ist meine Kraft. Die Freude am Herre, die ist meine Kraft, die Freude am Herre, die ist meine Kraft. Die Freude am Herre, die ist meine Kraft. Die Freude am Herre ist meine Kraft. He gives me living water and I thirst no more. Er gibt lebendiges Wasser und ich thirst nicht mehr. Er gibt lebendiges Wasser und ich thirst nicht mehr. Er gibt lebendiges Wasser und ich thirst nicht mehr. Die Freude am Herre ist meine Kraft. Die Freude am Herre ist meine Kraft. Das ist die Freude, die wir erfahren, wenn wir die Gnade und die Gerechtigkeit Gottes erfahren. Okay, jetzt steigen wir ein in ein weiteres Geheimnis, in das Geheimnis des inneren Gebets. Ja. Auch im Katechismus wird über dieses innere Gebet geschrieben. Auch im Katechismus wird über dieses innere Gebet geschrieben. Okay. Aber es ist die Erfahrung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit in uns. Das ist das Wichtigste beim inneren Gebet. Das ist das Wichtigste beim inneren Gebet. Und diese Quelle der innersten Dreifaltigkeit in uns, die beginnt mehr und mehr sich zu verströmen, je mehr und mehr wir die Gerechtigkeit Gottes erkennen. Also, es ist etwas Grundlegendes, was in uns Grund gelegt wird und was dann zu sprudeln beginnt. Also, dies ist das Wichtigste als Contemplative Prayer in 2709 im Katechismus. Also, ich habe es am Anfang schon gesagt, dieses innere Gebet wurde von Jesus schon gelehrt, bevor er das Vaterunser gelehrt hat. Normalerweise denken wir, dass Jesus zuerst das Vaterunser gelehrt hat, aber das ist nicht so. Bevor er das Vaterunser gelehrt hat, hat er uns gelehrt, wie wir beten sollen, wo wir beten sollen, was wir beten sollen, zu wem wir beten sollen. Wie wir beten sollen, wie wir beten sollen, zu wem wir beten sollen, warum wir beten sollen, was wir beten sollen. Und Jesus hat gesagt, wenn du betest, geh in deine innere Kammer, verschließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Himmel ist. Ich werde das noch mehr erklären. Bete in Stille, in deinem Vater, der im Verborgenen ist. Bete in Stille, in deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ja, Verborgenen, das ist das Wort. Und der Vater, der das Verborgenen sieht, er wird sich dir offenbaren. Okay. Now, contemplative prayer. What is contemplative prayer? St. Therese answers. Contemplative prayer, in my opinion, is nothing else than a close sharing between friends. It means taking time frequently to be alone with him who we no love us. Also, was ist das kontemplative Gebet? Nummer 2709, die heilige Theresia von Jesus antwortet, meiner Ansicht nach ist das innere Gebet nichts anderes als ein freundschaftlicher Umgang, bei dem wir oftmals ganz allein mit dem reden, von dem wir wissen, dass er uns liebt. 2,713 und 2,713 oder 2,712, wir nehmen 2,712, Contemplative prayer is the prayer of the child of God, of the forgiven sinner, who agrees to welcome the love by which he is loud, and who wants to respond to it by loving even more. Das innere Gebet ist das Gebet des Kindes Gottes, des Sünders, der Vergebung gefunden hat und gewillt ist, die Liebe mit der er geliebt wird zu empfangen. Aber er weiß, dass seine Gegenliebe vom Heiligen Geist stammt, der sie seinen Herzen einwiesst. Denn alles ist Gnade von Gott. Alles ist Gnade. Das muss immer in unserem Mund sein. Also auch wenn ihr immer leiden müsst, das ist auch eine Vorsehung Gottes. Das innere Gebet ist das demütige und die arme Hingabe an den liebenden Willen des Vaters in immer tieferer Vereinigung mit seinem geliebten Sohn. Jetzt weiter 13. Contemplative prayer is the simplest expression of the mystery of prayer. So ist das innere Gebet der einfachste Ausdruck des Mysteriums des Betens. Mysterium of prayer. Prayer is a mystery. Geheimnis des Betens. Das Gebet ist auch ein Geheimnis. Es ist ein Geschenk und eine Gnade, die nur in Demut und Armut empfangen werden kann. Demut und Armut. 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 Demut und Armut und Armut. Demut und Armut und Armut. Das Innere Gebet ist eine Beziehung des Bundes, die Gott in den Grund unseres Wesens gesenkt hat. Es ist eine Gemeinschaft, in der die Heiligste Dreifaltigkeit den Menschen, das Abbild Gottes, sich ähnlich gestaltet. Es ist viel geschrieben. Ihr müsst ein Katechismusbuch kaufen und alle diese Dinge lesen. Das kleine Katechismusbuch, was Karl ist referendet, ist genug. Das ist ein gutes Buch. Ihr könnt es allen kaufen. Das ist eine kleine Ausgabe, aber es steht alles drin. Ich zeige dieses Buch jetzt allen denen, die über Online mit uns verbunden sind und kauft euch das und zusammen mit der Bibel arbeitet daran. In der nächsten Bibel-Kurse, vielleicht, wir werden hier etwas kaufen und hier kaufen, sodass die Teilnehmer sie hier erwerben können. Sie können es dann kaufen oder gebrauchen, wie auch immer. In früheren Veranstaltungen habe ich das schon gemacht, dass ich mit Koffern hier angekommen bin und jeden Tag, ich habe sie gefragt, sie zu kaufen, während der Übersetzung zu kaufen, sodass sie mit der Bibel und Katechismus teilnehmen können. In früheren Veranstaltungen habe ich das schon gemacht, dass ich mit Koffern hier angekommen bin und die Dinge mitgebracht habe und sie an die Leute verteilt habe, dass sie sofort im Kurs mitstudieren konnten und sich gegebenenfalls die Dinge auch kaufen konnten. Im Jahr 2000 habe ich einen Bibelkurs gegeben, einen Monat lang über die Bibel und die Katechismus. Das war in Wien und später noch einen Bibelkurs über 21 Tage, an dem hat Maria Theresia teilgenommen. Okay, also jetzt ist es ein sehr praktischer Aspekt unserer Erfahrung von Gott, dieses innere Gebet. Wir alle haben viele Schriftlich verfasste Gebete, die wir beten, wir beten manchmal aus dem Herzen. Wir haben gesprochene Gebete, aber das alles ist nicht genug. Wenn wir in das innere Gebet einsteigen, dann treffen wir dort eine Person. Gott ist nicht nur eine Vorstellung von Liebe, sondern Gott ist eine Person. Und mit dieser Person müssen wir uns treffen. Und mit dieser Person müssen wir uns treffen. Und wenn wir eine Person treffen, die erste Person, die wir treffen, ist Jesus. Und Jesus hilft uns, dass wir auch den Vater und den Heiligen Geist treffen. Und Jesus hat uns auch gesagt, dein Vater weiß schon, was du gebrauchst, noch bevor du es gesagt hast. Also, was sollen wir dann noch beten? Also, was sollen wir dann noch beten? Und das ist, warum wir einfach nur still werden sollen, vor Gott. Und das ist, warum wir einfach nur still werden sollen, vor Gott. Und glaubt, dass Jesus für euch betet. Und glaubt, dass Jesus für euch betet. Ich sagte in Mark 14, 32, long time back, 14, 32 says, Then they came to a place named Gethsemane and he said to his disciples, sit here while I pray. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und der sagte zu seinen Jüngern, setzt euch und wartet hier, während ich bete. Das ist ein großes Geheimnis über das Gebet. Jesus ist es, der betet. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir beten, dann ist es die Erfahrung, dass Jesus in uns am Beten ist. Manchmal sind wir mitten in der Nacht nicht in der Lage zu schlafen. Wir werden aufgefordert, aufzustehen und zu beten. Weil es ist, weil Jesus in uns lebt und weil er betet. Und dann ist es für uns ganz einfach zu beten, wenn wir wissen, dass Jesus es ist, der in uns betet und nicht wir. Und ich bin ein Zweig am Rebstoff Jesu und deswegen sollte ich mit ihm zusammensitzen, um zu beten. Ich bin in Einheit mit ihm, in Vereinigung. Und Jesus ist ewig, unendlich. Er ist ein ewiger, hoher Priester. Alle Gebete, die Jesus gesprochen haben, reichen hinein bis in die Ewigkeit. Und überdauern die ganze Menschheit.